es haben jahr gegen die speichern schade scheiß drauf ich habe jetzt hier ein Monsterchock hey geil genauso wie es sein muss ja den ganzen Scheiß sind drauf erst mal zur Seite kann ich überhaupt irgendwas aufhalten und wenn ich es merke gerade ich fahre in die falsche Richtung muss ich hier wieder umdrehen der ist ja mal cool den will ich haben für länger und so halt zum rumfahren Obst, Entschuldigung der fährt einfach über die Karren drüber das was war das denn wo das war ein Bike das stört den Scheiß der rupft das alles nieder hier ihr könnt sogar über ein Dingens fahren oh ähm das ist nicht gut das ist oh oh nein Zielfahrzeug wurde zerstört so eine Scheiße hier kann ich den wagenen klauen ja gut machen wir das ich muss nicht versuchen oh ich bin weg hier du Penner hier muss ich erstmal gucken kann ich die Mission nochmal neu starten wo war das ich kann das doch bestimmt irgendwie über die Karte hier bin ich der müsste es sein den habe ich glaube ich gerade eben aufgedeckt ach guck an jetzt weiß ich auch was diese roten Sachen sind das heißt es sind alles solche Mini-Events die man starten kann ist ja cool ist ja cool okay na dann zurück zur Virenentführung auf meinem neuartigen Hoverboard das sieht doch immer richtig stylisch aus hier und die Leute fliegen auch so schön damit hoppala Entschuldigung mein Fehler und aussteigen und starten so jetzt begib dich wieder zurück jetzt klauen wir uns erstmal wieder unser schon bereits geklautes aus dem hau ab du Penner back here so jetzt wieder nach links Opala abgesäbelt Tü 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 na na danke für's opala Entschuldigung danke für's passend schieben aber ich war eigentlich schon passend von dem er da war keine Notwendigkeit aus dem oh schon wieder zu weit was ist das eigentlich Ich muss mir bei Gelegenheit mal angucken, was das da genau ist. So, das Geld nehmen wir erstmal noch mit. Einsteigen. Und los geht das. Aus dem Weg hier. Weg da, ich muss da durch. So, ich denke mal, diesmal wird es ein bisschen besser laufen. Naja, aber auch nur ein bisschen. Weg da, so. Die stören mich hier auf. Bürger steigen eh schon die ganze Zeit. Machen eh nur alles dreckig. Hätte ich hier reingemusst? Ach, fuck. Los, komm schon. Irgendwo da vorne muss es sein. Virus eingesammelt. Yes. Fahrzeug, Cyber, Monster Truck freigeschaltet? Wie jetzt? Meiner? Telefon. Fahrzeuglieferung? Hämmer? Bootlegger? Steerport? Cyborg Bootlegger. Ja, geil! Ich kann die Karre jetzt direkt fahren. Wie geil ist das denn? Schön! Moment, da habe ich gerade eben noch was anderes gesehen. Bevor ich da jetzt in den Missionen weitermache, was ist das? Bargeld ist hier nämlich am leuchten. Wenn ihr das seht, das ist mir gerade eben aufgefallen. Äh? Okay, hat mir jetzt das irgendwas gebracht? Wahrscheinlich. Stimmt, ich habe mehr Geld als vorher. Ist ja cool. Das heißt, ich muss noch ein paar Sachen kaputt machen, ein paar Missionen und dann, wenn das hier am leuchten ist, kann ich das Geld einsacken. Nett. Okay. Upgrades. Haben wir doch hier auch noch jede Menge. Fähigkeit, Gesundheit, Fahrzeuge. Ich glaube, das mache ich dann gleich. Aufträge. Äh, Anpassung. Genau. Verbessere dein Auto. Mache ich das nochmal schnell und dann gucke ich mir mal die, äh... diese Bonus-Sachen an, die man da, äh, steigern kann. Aus dem Dingens hier. So. Wie weit müssen wir noch? 300 Meter. Ungefähr knapp. Das heißt, jetzt hier rechts. Sorry. Ups. Mein Fehler. Ich glaube, ich bin jetzt da. Ähm. Und nun? Ach, cool. Reinfahren. Äh, nicht veränderbares Fahrzeug. Toll. Schade. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass man den noch ein bisschen editieren kann. Aber, ähm, ist ja nicht schlimm. Was haben wir hier? Eingang. Ach, guck an. So, dann können wir ja mal schauen, was wir... was wir hier machen können. Okay, das ist der Bootlegger. Können wir damit... Den können wir nur herausholen. Das war's. Assert. Ach, guck an. Das ist die, äh... Den können wir löschen. Na toll. Ne, das brauchen wir ja nicht. Raycoaster. Was haben wir da noch? Wir können den... Anpassen? Diese dicke Karre? Ach, du Scheiße. Bootlegger. Den können wir auch anpassen. Den Hammer. Den können wir auch anpassen. Ja, okay. Aber der Raycaster, der sieht eigentlich ganz geil aus. Komm, dann passen wir den an. Was haben wir denn da alles? Leistung. Drehmoment. Reifenhaltbarkeit. Versteckte Stoßstange. Versteckte Rahmen. Nitro. Ist standardmäßig drinne. Knie-Töter. Was ist das? Ja, kaufen wir mal. Gesehen haben wir da jetzt aber nichts. Nicht wirklich. Von dem her... Was kann man dann sonst alles machen? Frontstange, Motor... Ach, du Scheiße. Wie geil ist das denn? Man kann das Ding komplett in den Farben, Räder... Ach, du Scheiße. Karosserie. Gut. Frontstange. Fangen wir mal an. Was haben wir denn hier? Wir können das... Fett! Motorhaube. Auch fett! Seitenschürze. Ne, dann lasse ich mal die, die gerade da ist. Dach. Was haben wir denn hier? Kein Dach? Ne, ich will ein Coupé. Äh, also blöd sind Coupé. Obwohl, ist glaube ich ein Coupé, oder? Ich kenne mich mit meinen Autos nicht so wirklich aus. Hat schon hinten was dran, was stylisch ist. Ich glaube mal, das Ding, das lasse ich. Hextoßstange. Yeah! Beastie-like hier! Auspuffblende. Hat er schon drauf. Beleuchtung. Lassen wir auch dran. Aufkleber. Ne. So. Ist ja geil. Ne, ne. Hier, den. Jawohl. Aufkleber 2. Okay. Machen wir mal in weiß. Ich hab da was vor. Aufkleber vorne. Auch weiß. Farben. Karosseriefarbe. Lack 1, Lack 2, Lack 3. Oh Gott. Yeah! Geil! Genau so will ich es auch haben. Einmal in schwarz. Was haben wir da? Matten haben wir glänzend. Isirierend. Oder irisierend. So eine Art Diamantlack. Da verändert die Farbe beim Vorbeifahren. Das ist natürlich auch geil. Per Mut. Aber ne. Lollipop-Lack. Ne. Ich möchte hier, wenn hier glänzend. Was haben wir sonst noch? Karosseriefarbe. Aber das ist Lack. Lack 1. Achso. Da kann man jetzt auch noch. Ach, jetzt hab ich oben das Dach. Mit normalem Lack und Lack 2. Wofür ist das? Das ist dann das Dach. Ach du Scheiße. Da kann man den ja wirklich einzeln einfärben, wie man gerade will. Wie geil ist das denn? Was nehmen wir hier? Plastik. Öh. Metall. Aber wenn dann natürlich. So. Echt silbermäßig. Felgenstil. Metall. Das ist man natürlich auch. Wenn dann muss die Karre natürlich auch richtig ordentlich aussehen. Oh Scheiße. Die wird Tonnen wiegen so gesehen. Wenn die nochmal wegkommt, das würde mich echt wundern. Machen wir mal ein Saints Row Lila Scheibentönung. Natürlich. Passend zu den Felgen natürlich Ausstattungsfarbe. Ach, die können wir auch nochmal ändern. Oh Gott. Komm mal mal so ein richtiger Unterbodenlicht. Sieht man ja gar nicht. Machen wir das mal auf. Passend hier. Hell yeah. Das Ding sieht auch geil aus. Räder können wir auch noch. Beide Achsen natürlich. Wenn dann. Ne. Blödsinn. Vor der Achse. Felgenstil. Was hat. Ach du Scheiße. Das kann man auch noch machen. Oh. Retro Quirk. Ach du Scheiße. Nein. Wolf. Das kommt mir irgendwie. Cyber. Cyber sieht natürlich auch geil aus. Aber wollen wir natürlich jetzt nicht. Ich hätte jetzt hier gerne der Quirk. Irgendwas. Jawoll. Machen wir das. Reifen Profil. Das können wir natürlich auch. Das können wir auch noch machen. Wo das Profil ja eigentlich eher. Hupe ist. Felgengröße. Extra tief. Tief. Normales. Hoch. Extra hoch. Extra tief. Extra hoch. Machen wir hier vorne mal so richtig. Machen wir mal so eine kleine Keilform. Ach schade. Der geht nicht runter. Schade. Was ist das hier? Radbreite. Machen wir das einmal so. Jawoll. Und jetzt machen wir mal die Hinterachse. Dreifen Profil. Dann nehmen wir auch das Ding. Ach du Scheiße. Ne. Mach mal das. Felgengröße. Extra. Extra tief. So klein wie möglich. Radgröße. Das Ding machen wir dann noch ein bisschen größer. Radbreite. Komm. Das machen wir jetzt auch nochmal. Was sind 300 Scheiß drauf. Im Moment habe ich es. Und äh. Verlassen. Jawohl. Ich möchte jetzt den Wagen sehen. Ich möchte jetzt den Wagen sehen. Ich möchte jetzt den. Wagen sehen. Wohl beim Wagen. Nein. Tür öffnen. Mein Wagen ist weg. Lerne die Regeln ist jetzt als nächstes. Machen wir das doch mal. Nehmen wir das rein. Aber ich möchte. Data Clusters seem to be loose bits of code left behind by the simulation for some reason. I've only been able to locate a small amount right now which I'm having trouble locking on to. Once in the general area of a cluster I should be able to direct you to its location. Okay. Datensammlung sammeln. Sekunde. Bevor du da jetzt. Einmal. Hm. Upgrades Telefon. Ich will Fahrzeuglieferung. Ich will mein Reg Coaster haben. Yes. Geil. Wie geil ist das denn. Halt die Klappe du eure Bissnelke. Die Karre sieht doch mal hammermäßig aus. Ach schau. Aus dem Weg hier. Ich krasiere euch die Füße weg. Wie geil. Das Ding ist doch einfach nur herrlich. Irgendwie Saints Row meets, äh, Need for Speed kann man das so gesehen sagen, ist das. Das ist echt so ein, Pip my right ohne Ende. Ah, okay, jetzt muss ich zusehen, dass ich so nah wie möglich da rankomme. Welche Richtung geht es? Das heißt, so komme ich näher. Und jetzt komme ich schon wieder weg. Das heißt, irgendwo hier in der Gegend müsste der sein. Ah. Okay. Nehmen wir doch mal den so lange. Okay. Ich habe einen, Kinsey. Are you sure, dass das Ding safe ist? Safe. Isch. Just keep getting them.